Textanzeiger sind wie gemacht für Bildunterschriften und Titel, aber für kompliziertere Unterhaltungen benötigen wir ein anspruchsvolleres Gerät. Gehe ins Zusammenbaumenü und rufe wieder den Bereich Beweger und Ausgabe im Geräte-Menü auf. Suche im Menü nach dem Dialog Textanzeiger. Das Symbol sind zwei verbundene Sprechblasen. Wähle ihn mit X aus und stempele einen in die Szene. Löse ihn vom Wichtel und öffne dann das Anpassungsmenü des Dialog Textanzeigers. Mit dem Dialog Textanzeiger kann man verzweigte Dialoge mit mehreren Antwortmöglichkeiten erstellen. Auf der ersten Seite findest du genau die gleichen Optionen wie beim normalen Textanzeiger. Lass Cuthbert die Geschichte mit einem bedrohlichen Satz fortsetzen, mit dem er Conny Paroli bietet. Der Dialog Textanzeiger verfügt über die gleichen Anpassungsoptionen wie der Textanzeiger. Nimm dir etwas Zeit und bearbeite das Aussehen des Texts. Genau wie beim Textanzeiger wird der Dialog Text standardmäßig an den Bildschirm angeheftet und kann vom Wichtel gegriffen, bewegt und skaliert werden. Wenn du mein Skript für die Szene verwenden möchtest, suche in der Tutorial-Sammlung nach dem Dialoggerät. Wenn du Cuthberts Text fertiggestellt hast, kümmern wir uns im nächsten Schritt um Connys Antworten. Zelle Zelle